Lassen Sie uns doch heute mit einer kleinen Bibelstunde beginnen und mit einem Zitat aus der Bibel. Es ist in keinem anderen Heil, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller, derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Diesen Satz, diesen Text an der Kuppel des nachgebauten Berliner Stadtschlosses möchte die Grünen-Politikerin Claudia Roth nun vorübergehend überblenden. Der Grund, die Kulturbeauftragte der Bundesregierung hält den Bibeltext für nicht weltoffen und unangemessen. Also gerade hier in Deutschland ist er ja geprägt durch die christlichen Glauben. Wir sind ja auch sehr tolerant. Wir wissen ja, dass wir in einigen Moscheen und auch in Köln ja sehr tolerant sind. In Köln ruft ja jetzt auch der Muezzin. Genau. Also man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht tolerant sind. Aber wir müssen es auch zu unserer eigenen Kirche und unserem eigenen Land natürlich bekunden.